so hier ist der gusua noch mal ja der große excel ist dabei und hilft mir ja dass ich nicht immer nur scheiße bau so auf was hast du lust mission oder sowas okay also du kannst dann einfach bei mir drauf connecten ja wohl das mache ich lichtle der kleine gönner kommt noch ich bin mittendrin wieder es ist so geil kuwa verstecken du spielst mit pastatur oder was mit was denn sonst GTA ist gleich gamepad nein gamepad ist für autofahren und sonst ist GTA direkt real nice mit pastatur ach so sonst kann man ja mit der maus nicht richtig ohne die maus kann man ja nicht ordentlich arbeiten finde ich ach du bist da hinten so geschlossene freundessitzung ist offen klein moment ich will erst mal hier den wenn ich hier schon so ein gangfight hier am start habe dann ich bin mal auf dem weg zu dir mach mal ein bisschen backup ja ne habe ich kein problem mit wichy ein neues wort na fixer ach dann habe ich ja schon natürlich ich habe sie ihm gesagt sie soll nicht angemessen empfangen ja ja dürfen sie los warum ist da keiner mehr habe ich alle umgebracht ach so das sind noch mehr ach Martin ja du kommst mal hier gleich in meine sitzung reinkommen ja und dann wirst du glaube ich noch mal ein bisschen eskalieren inwiefern wer schießt denn ach so das sind noch viel mehr das siehst du dann ja natürlich ja sind 20 stück das siehst du dann bastard erst mal gucke ich hier ich habe wieder ich habe wieder outlook nicht ausgemacht und jetzt kommen die ganzen mails und die sieht man im screen aber egal so ist das das sieht nach santa aus wurde der kleine das sieht ganz nett aus hier jetzt ich glaube ja gang angriff ja jetzt werden alle anderen wieder sagen so ein idiot der freut sich wenn er zwölf kills gemacht hat ich freue mich trotzdem Ich nähere mich level 20 um nur mal zu sagen wie weit ich bin ja Ach du hast erwarte warte warte hier komm klick moment dann gehen wir dann join war jetzt bei excel oder was Okay, dann gehen wir da raus das ist auch hier wieder position 1 richtig Ja oder über start Warte erst mal erst mal will ich die kohle einsammeln So das menü kannst du auch und dann freunde und ich schaue dir dabei einfach mal bis er da die kohle eingesackt hat Oh knarren sogar noch sehr geil Also wie gesagt ich habe ich bin ja der der immer noch diesen willkommensbonus noch nicht ausgegeben hat Gar nicht mehr so gut Gar nicht mehr so Das halt auch nicht wahr? Oha dankeschön Achso 26 Jahre lang das Ding im Geppertel rumschleppen der schimmelt doch schon Der Begrüßungshuni Nein ich glaube das war ein bisschen mehr als ein Huni Nein ich glaube das war ein bisschen mehr als ein Huni Kommen wir zu Axel rüber Oh ein Gangfight Oh yeah, oh yeah Holy moly Da ist der Guzo dabei Oh yeah Lass mein Saab in Ruhe hier oder was? Nein ich will pushen Und wenn einer Bock hat kann er richtig dabei sein Richtig dabei Kommst du heute Nacht auch rüber oder? Aber so richtig Nein Also ihr seht mich ja auf der Karte ihr könnt dann einfach kommen und Spaß haben Oh geil Gangfight Kommt du heute Nacht auch rüber oder was? Ja ja klar Kommst du heute Nacht noch ab ja? Jo Okay Ich hab da auch einen entdeckt der ist auch cool Oh gleich tot gegangen die dumme Sau Klingen wir jetzt mit zwei Hies ja? Ja 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 das kann Dekadenz pur Junge In Flensburg ist man nicht anders gewöhnt Ne 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 Was macht dein Smart? Gepert Oh yeah Gut Kannst ja mal den anderen Alex bei seinem Rocco fragen Das ist meistens nicht so Wann ist der das letzte Mal gefahren? Vor drei Jahren? Ich weiß es nicht Müssen wir überhaupt hin? Ich seh gar nicht wo er ist Äh Ja ich seh euch zumindest schon mal in der Karte Dass ihr ein Heli wieder am Start habt Und ihr kommt jetzt schön zu mir Und ihr rasiert den anderen Nein nicht rasiert die Eier Das hört sich einfach irgendwie komisch an Doch möglich Ja genau Also bis jetzt bin ich noch nicht gestorben Das läuft auf jeden Fall bei mir Ach schön dekadent mit zwei Helis echt ja oder was? Ja wenn dann rücken wir ja auf Alter nein das ist nicht euer Ehren Ey komm Also mit Spatzen auf Ne mit Spatzen auf Kanonen schießen Mit Kanonen auf Spatzen schießen ey Mit Spatzen auf Kanonen schießen Das ist ja auch so ähnlich Ja ja Achso der Heli hält ja gar nichts aus Ich habe einmal einen Pfosten berührt Und jetzt raucht er schon Man sollte aber Man sollte aber Man sollte aber mit jeglichem Heli Jegliche Pfosten auch meiden Das könnte zu Ja Unerwarteten Nebenwirkungen fehlen Nö der hält ja gar nichts aus Du glaub mir das ist egal Ob du ne Patchy fährst Oder irgendeinen anderen Äh wenn du ne Irgendeinen Pfosten triffst Dann ist Ende So ich habe es wieder mal gerissen Wieso ist Martin nicht rausgegangen? Ey wirklich Ey ohne Scheiß Ich bin nicht einmal Einmal dort gegangen Ne aber du hast Achso du bist grad im Klarheil zu gehen ja Ich steh hier Könntest du also entweder bei mir Oder bei Axel einsteigen Kleinen Moment Also ich erstmal Ihr wisst selber Ich bin der Ossi Und ich muss natürlich wieder Knarren und Kohle einsammeln Achso ich dachte du musst erstmal warten Bis ein Platz frei wird So ein Sackerhalter Martin hier direkt mal ein kleiner Karten an Hier 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 Ja hier hier Axel komm mal runter Seht doch von hier Da steht da noch ne Kiste rum Hier direkt bei dir Ich komm erst runter wenn du die Kiste eingesammelt hast Welche Kiste? Ja direkt Jetzt bist du runter gekommen Ist der gut Hier ist auch noch Geld daneben Ja sag ich doch Mann du Hippie Oh ich brenne Burning Man Junge Burning Man Warte Axel ich komm mal rüber Gefährlicher Anhänger Äh kurz nochmal die Frage Wer soll was machen? Äh Vielleicht ist es einfach mit mir eins Oder sogar sich Wie fahren wir mit dem 12 Ender Wie fahren wir mit dem 12 Ender Natürlich fahren wir mit dem richtigen Auto Ohohohoho Die fahren mit anderen Spielern 200 RP Natürlich Oh jetzt 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 Äh Wie erwarten die uns? Erwarten die uns mit Knarre oder wie ist das? Neh mit Blümchen wahrscheinlich Okay Dann nehm ich auch meine Blume Ich denke mal die Züge ausstellen Ich denke mal die Züge ausstellen Juuu 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 das läuft doch gut hier oder du darfst du nicht sterben, dann ist alles gut stimmt, wir haben nur noch ein Team leben wir haben gar kein Team leben mehr ja, mein ich ja dann ist es mir gescheitert, ne? ja, ja, dann war alles umsonst also jetzt sehe ich aber auch doch, doch, hier ist wieder einer ja, der ist auch weg nee, der ist noch nicht weg jetzt ist er weg ja, ich würde fast sagen mit oh, jetzt ist wieder einer da ok, ihr habt das schon geklärt, ja oh, nee, jetzt kommt wieder welche vollum ich will nur kurz gucken, ob sie coole Knauen haben nee ihr regelt das mit dem Anhänger? oh, fehlt doch einer hinter ja, ich habe den gerade abgeballert ja, richtig, ein passendes Fahrzeug wäre ganz cool ich gucke mal, ob die Hüter noch irgendwie herumsteht nicht, dass es dann am Ende heißt oh, hier hinter uns ist auch noch einer irgendwie, der dann hier eskaliert nee, das passt aber holt ihr einen Wagen, ja? michi, läuft schon los, dann ok, passt ich nehme mir den einen Hammer oder was das auch ist und ramme da mit den anderen weg ja, das geht gut ja, das geht gut ach so, ok ich habe dir schon mal die Tür aufgemacht danke ah, gar nicht mal so witzig, ich fahre mal zurück jetzt ach stimmt, Teamleben und so ja da war ja was äh, Inventar Schnex ah ja, stimmt oh, Inventar, äh, war I oder was? nee äh, ich weiß nur auf Controller dass es da select ist dankeschön scheiße ähm egal wahnsinn, hier sind nur 40 Tonne, aber mit Anhänger kann ich dir auch abkuppeln? ich weiß es gleich gar nicht mehr also ich habe bloß das eine Video gesehen, dass es einer während der Fahrt sogar, während des Fluges gemacht hat ja, ja, das kennt man ja, das Video, ich finde nämlich keinen 40 Tonne beziehungsweise keine Zugmaschine gib dir mal ein bisschen Mühe immer müssen wir die Arbeit machen Mann, Nometer okay, ich habe eine na, läuft das man muss sich nur ein bisschen unter Druck setzen ähm ähm äh, äh, warte hin ähm ja, was? ähm okay, A, M okay Inventar sehr gut Inventar Bargeld, Panzerung, Snacks Munition Munition? richtig viel na, besser als nichts Ah, ich bin an der falschen Brücke okay Okay, gibt es noch irgendwann irgendwelche, äh, Power Snacks oder sowas weil, ich muss hier irgendwie acht Snacks oder sowas essen Ach, ich kann auch während der Mission, kann ich Munition kaufen, mittlerweile Ja, ich habe erstmal alle schön gegessen aber immerhin okay Oh ja, sehr gut, vielen Dank, wir gehen zur Seite Ey, ja, chill mal dein Leben, Junge Und ich würde jetzt mal fast denken, wenn wir den wegnehmen, dann kriegen wir wieder Ärger, oder? Hilf dir allen ganz normalen, du steigst damit ein Wie bitte? Du steigst damit ein Okay Wäre es nicht clever, dass wir alle mit anderen Autos fahren? Okay, du müsstest schießen Okay, läuft auf jeden Fall Euro-Send-Pensurator Da kann man lang? Scheint so So, Martin, jetzt darfst du aus dem Fahrzeug gehen Ja, ich habe ja nur die klassische Pistole, das ist noch nicht so Ach, mach nicht, die fahren nicht gerade gegenseitig ins Wasser Ich habe brauche nachdem, der Oh, Parkplatz ist gar nicht so gut in sich Die Idee ist nicht so Aber ganz ehrlich, ich hätte genau den gleichen Fehler gemacht Das war auch durchfahren können Sind wir zurecht, oder? Ich schieße auch einfach auf alles, was sich da so ein bisschen bewegt Guck mal gerade, ah, jetzt ist ein, ja genau, der ist schön, der ist mal gegen Gegen so einen Mast hingefahren Ich schieße auch auf alles, was sich da so ein bisschen bewegt Wow Eww Ich schieße auch auf alles, was sich da so ein bisschen bewegt Und zunächst rüber, nicht hin? Nee, warum? Wir fahren gerade richtig Okay Komm, du zu uns rüber Ja, wir haben auch keinen Schwanz, den wir verlieren müssen Das scheint ganz gut zu klappen Hm Aber das war gar nicht so unclever, die vorher mit einem Scharfschützengewehren auszuschalten Oh ja, jetzt wird es ein bisschen eng, genau Oh, jetzt wird es ein bisschen sehr eng, ne? Alter Die wollten es aber auch wissen, oder? Ist doch bestimmt wieder so ein Hinterhalt, oder? Ja, eigentlich nicht Ich würde ihn nur den da klauen und dahin Sehr gut gemacht Bestanden Mission bestanden Mal gucken, was wir kriegen Geld No, oh, doch nicht Oh yeah Fast ein Level besser geworden Au So Äh, wir springen bestimmt in eure Autos, wa? Ich meine, 12-Ener, jawohl Wie die Weihnachtsmänner da erstmal rüberjumpen, ne? Die fällt mir Ich nehme den dahinter Ach, Martin, wir fahren nicht zusammen Ja, okay Junge Klett halt einfach durch, oder? Und jetzt bitte Gummi, Junge Ich schaffe einen Kargebob Kommen wir da rein, da in diese... Ah, nee, ich dachte, das wäre so ein Tunnel oder so Luchttunnel Aha Aber ich denke mal, Excel hat eine Idee Ja, ja Bisschen Eingang Oh, das sieht nach Idee aus gerade Aber jetzt wird's interessant Ja, vier Sterne Kann sein, dass er jetzt so Pfff, macht und wir sind alle kaputt Ja Wir sehen Ah, ja genau, ja genau Alle rein, würde ich sagen, oder? Ja, dann Storf, Jungs, Storf Ja Immer schön rein und erster sein Schub, 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 schub Da stehen ja noch mehr Da stehen sogar viele Präzisionsgewehr, ja Präzisionsgewehr sollte passen Schüttel die Cops ab Na, wenn die Cops Helis haben, ist scheiße Ah ja, ich seh's schon gerade Ich hab schon mal mein Präzisionsgewehr Also ihr braucht nur Ja Gucken wir mal, wo die hier sind Die alten Säcke Ah, hinter uns ist einer Ja, genau Ich probier mal irgendwie So ein bisschen Soll ich das nur ab Schütteln, Jungs Ja, ja, ich würde sie gerne ab Nein Flieg mal ein bisschen seitlich Ja, genau Flieg mal ein bisschen seitlich Das wäre eventuell Ja, ja, ich seh ihn schon Ja, ich seh ihn Äh, ja, jetzt nur ein bisschen Vorsichtiger Ah, ein Ja Ja Ja, der unter uns ist da Den hab ich jetzt schon anvisiert Er raucht schon mal Ne, jetzt ist er Ah da Ja, ja Jetzt müsste der, äh Der Schütze gleich tot sein Ja, Schütze ist tot Und jetzt auch den Pilot Okay Einer ist noch Achso Fall mal auf uns Der sieht aber auch schon so ein bisschen Eskalierend aus Ja, ich glaub Der nächste Schütze ist platt Ja, aber links kommt schon wieder ein Heli Egal Ja, der nächste Schütze ist platt Immer mehr Helis Das kann doch nicht wahr sein Mach mal einen Schuh Das sind nur zwei, die ich sehe auf dem Radar Ja Die kommen immer und immer und immer und immer wieder Okay Ich hab mal aus ihrem Radar einen Sturzflug abgehauen Ja Das könnte was werden Aber ich würde jetzt nicht unbedingt zur Base zurückfliegen Nö, das ist ja nur der normale, ähm Okay Loopplatz, oder? Warte Ah nö, schaut schon nach Wo mir so Base aus Aber wir sind auf jeden Fall schon mal weit weg Ja So, dann gucken wir mal, ob wir die jetzt irgendwie mal langsam Loswerden können Ja, gib dich zum Lagerplatz, sehr geil So, kannst du ja denken, was jetzt passiert, oder? Na jetzt zum Lagerplatz Wir haben jetzt unten einen Haken ausgeklingt Ah, ja Mit diesem Haken müssen wir jetzt einen Container aufsammeln Okay, ich sehe aber trotzdem den Haken Ah ja, da, jetzt sehe ich ihn Oh, der wird wohl bald ein Geist aufgeben, der Heli Ich hoffe, wir sehen, ob wir uns Freude strahlend erwarten Nicht, dass die uns noch mal in den Sack gehen würden. Jetzt sind wir direkt drüber, wa? Ja. Lande halt, du scheiß Karre. Ah, sammle den Container ein, okay. Oha, ist gar nicht mehr so gut. Ich guck mal, der hier. Achso, ich hör schon wieder Leute. Ja, ja, ich seh's auch gerade, aber ich kann gerade nicht anvisieren, wenn die auf der anderen Seite stehen. Sind wohl mehrere Leute. Ja. Noch mehr. Ich glaube, ich lande hier schon. Glaub ich einfach, wenn ich erstmal hier lande. Ja, dass wir die erstmal ausschalten. Okay. Gucken wir mal. Ob wir die hier einfach mal ganz dekadent wegrotzen können. Du musst vorsichtig sein. Ja. Mal versuchen Deckung zu finden. Das sagt der Weihnachtsmann. Schieße. Schieße. Siehst du schon einen? Nö. Aber jetzt hab ich's gespürt, ja. Ich bleib mal so lange, bis der sich wieder bewegt. Einen hab ich. Einen hast du den gerade gekillt, okay. Ah, okay. Hier hinterm Pfeiler ist nochmal einer. Ja, ich hab auch... Ja, einer weiter ist gekillt. Ja, der Nächste ist gekillt. Oh, wenn ich überlege, wie das zuvor aussah bei mir. Hör auf, Junge. So, jetzt ist, glaube ich, Zeit für... ...ne andere Knarre. Reicht. Ja, zwei weitere tot. Sehr gut. Aber ich... Muss ich jetzt erstmal durchkommen. Ich bin auch gleich tot. Kannst du mir irgendwie Snacks geben? Nee, wa? Ich glaube nicht, dass das geht. Okay. Muss sich nur verstecken, das reicht meistens schon. Ach, dann kriegt man schon wieder... ...Helf-Poinde. Die Energie lädt sich dann wieder auf, ja. Okay, ja, ich sehe es gerade. Ein bisschen geht, ja. So, und jetzt heißt es, diesen Ding hier nehmen, dieses Fahrzeug. Ja. Ach, du bist jetzt schon drauf. Okay, ich fahre den Jeep mal zur Seite. Das macht, glaube ich, ein bisschen Sinn. Jo. Den anderen Jeep auch wegfahren? Nö, der steht noch im Weg. Ja, jetzt müssen wir erstmal suchen, wie wir hier das Ding rausstellen können. Du machst das schon. Sobald einer hier ankommen sollte, der kriegt wieder einen auf den Sack. Ich muss ja erstmal schauen, dass ich irgendwie durchkomme. Na, ich... Dann nehme ich die Kiste doch weg. Das ist vielleicht doch einfacher. So, jetzt sollst du ihn ausliefern, ja. Okay. Ja, weil es macht wirklich Sinn, dass du ihn erstmal irgendwo hinfährst, wo es ein bisschen besser ist. Wo du besser rankommst. Du willst nicht wirklich da lang, oder? Ich muss hier durch. Okay. Warte. Dann lass mich dir helfen. Ja, genau. Erstmal überfahren. Sehr gut. Ja, genau. Hier absetzen, oder? Ja, ich muss schauen, dass ich hier mit dem Heli drüber komme. Ja, genau. Doch, hier ist ja nichts weiter. Das sollte passen. Weg mit dem Fahrzeug. Und jetzt Heli holen. Genau. Jetzt mit dem Cargobob oben drüber fliegen. Genau. Aber das hat ja im Gegensatz zu meinen ersten Missionen auf jeden Fall schon mal richtig viel besser geklappt. Warum auch nicht? Jetzt schafft er den nicht hochzuheben, oder was? Hoch wäre schon gut. Ja. Ich hab das geschafft. Ja, mit dem Cargobob kann man auch schön Autos nehmen und sowas. Ja, ich hab das schon gesehen mit dem Panzer. Ja, macht schon Laune. Komm hoch, du scheiß Karre. Ja, sonst wär nicht so gut. Wird auch schon schwarz. Ich sehe, hier würde uns einer was anhängen, aber nö, der kommt nicht hinter uns her. Ja, passt. Aber wenn die nicht fliegen könnten, können die uns eh nicht so schnell anvisieren. Sind wir immer noch dabei, Ehre. Was? Sind wir immer noch dabei. Ja. Aber Team Leben 1, gefällt mir. Jo, wir haben uns sehr gut geschlagen. Wo der Stink hin muss. Die Richtung ist richtig. Jetzt noch leicht links, würde ich sagen. Ah, da unten sehe ich den Platz, ja. Das ist einfacher als mit dem LKW da hinzufahren, ne? Ach so. Ach so. Oh, yeah, Looping. Alter, yo. Hast du ihn aufgenommen? Martin? Was? Aufgenommen? Natürlich. Hallo? Du stellst Fragen, Junge. Was denn? Jo, hat geklappt. Ja, ist schon bestanden. Sehr geil. Mit Special Effects. Alter, das hat nicht mehr gebracht als die andere. Das ist krass. Das ist meiner Meinung nach exorbitant mehr gewesen. Aber gut, ich kaufe jetzt erstmal Munition. Das passt. Ja. Und das soll es dann auch für mich gewesen sein, weil ich muss den Lüchel gleich abholen. Vielen Dank für dieses geile Ding überhaupt. Dein Ding? Es war mir wieder ein Fest. Und das war es dann erstmal für das Video. der shared. Bye.